Ich bin gern auf Reise, seh die Erde mir an. Denn es gibt so viel Schönes, was man anschauen kann. Kann ich mir denken. Eine kleine Geschichte ist in China passiert. Ach, in China, weil ich gerade dabei war, habe ich sie notiert. Chinamann liebt das Chinamädchen Marzipan. Und er schaut sie voller Sehnsucht an und sagt immer zu. Mein Sweetheart, are you? Komm zu mir und ich baue dann vor Freude dir. Gleich ein Schloss aus Sicht im Goldpapier. Drum sage nicht nein, sei nett und sei mein. Schon nach ein paar Tagen hat er sie verführt. Liebe ist in China sehr unkompliziert. Chinamann liebt das Chinamädchen Marzipan. Und er wohnt ein brauer Ehemann, so glücklich wie dir. Im Schloss aus Papier. === Um in China-Mann liebt das China-Mädchen Marzipan Und er schaut sie voller Sehnsucht an Und sagt immer zu Mein Sweetheart, are you? Komm zu mir und ich baue dann vor Freude dir Gleich ein Schloss aus echtem Goldpapier Drum sage nicht nein, sei nett und sei mein Schon nach ein paar Tagen hat er sie verfügt Liebe ist in China sehr unkompliziert China-Mann liebt das China-Mädchen Marzipan Und der wunderschraube Ehemann So glücklich mit ihm im Schloss aus Papier Käif 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 Untertitelung des ZDF, 2020